Heute habe ich mich auf einen Laufflug und ein bisschen mehr erledigt. Ich habe noch gutes Timing erwischt. Ja, Papa hat ja nichts gesehen. Du sagst mal, wenn es andere Beine kommt, weil ich sehe es nicht. Ja, ich sehe auch nichts. Er ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Er ist nicht richtig. Ich weiß nicht, ob wir es immer wiederholfen müssen. Ja, das ist nicht sehr gut. Woher hast du dich stehen? Das ist in der Umstrecke. Oh, schau, da kommt jemand rein. Ja, das ist ein wenig. Ja, das ist ein wenig. Ist heute wirklich ein Lass oben? Äh... Mami! In der Sperre. Hast du mit den Händen schon rausgekommen? Das ist schon aufgelöst. Ah, kann man gleich abdrucken? Mami, weisst du schon. Wir haben ja noch vor. Ja, schau dir doch. Schau dir doch mal. Schau dir doch mal. Ist noch ein Mast, du gesehen? Jetzt ist aber nicht so schön. Ja, das gibt es so. Ja, das muss ich jetzt hier mal aufstehen. Ja, das muss ich jetzt hier mal aufstehen. Ja, das ist gestern nicht gesehen. Das ist gestern nicht gesehen, das dort mal auf die Dachschubel zu kommen. Ja, das ist gestern. Ja, das ist gestern. Ja, das ist gestern. Ich weiß nicht, wie es zuerst schon gesagt hat. Ach, nee, doch. Ach, nee. Ist ja geiss. Ist ja auch eine einmalige Sache. Ja, genau. Die Zettel hier oben ist gut, die ist ganz schlecht. Das ist aufpassen. Jetzt für den Mast. Jetzt gehts wieder an. Schau, da gehts doch. Schöner. Ich habe mich eigentlich noch ein Tagsäure. Das war auch hier. Und die Speise, die aussieht. Oder so. Die Hälfte ist noch ganz, oder? Jetzt ist es gerade wieder ein Litz geputzt. Also, solange es da ist, helfen wir Schuhe, wenn sie die Arbeit lohnt. Wir haben genug Schnee, da bleibst du stecken. Sieh auf Schienen runterfahrt. Zwei Malmste. Zwei Malmste. Wenn die Tonne wieder rennt, auf der ersten Nacht. Ich bin auch noch ein Rumpfisch. Ja, warte, wir haben ja schon genug, und auf den Rumpfisch. Schöner Rumpfisch, oder? Auf den Natzeschi. Ich bin auch noch zwei. Ich bin gerade abgefahren. Oh Gott, das ist nimmst. Danke. So ist es. Schöner Rumpfisch. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt noch. Okay, super, danke. Jetzt können wir einsteigen, ne? Ja, danke. Vielen Dank.